Sie kommen von einer fernen Galaxie, um unsere Welt mit Uldies zu beglücken. Ed. Mö. Mö. Möge der Uldigott mit euch sein. 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 David will nicht mal nach Hause sein. Du kannst warten, bis der Lichtstrahl erlöst. Du nicht wieder mehr sehen. Du kannst wieder nach Hause sehen. Hi. Ich bin Thomas. Ich bin bei Matt Murph Mahon Frontman, weil ich sonst nichts kann. Und weil die so geile Klamotten haben! Für mich ist das ein Teil meines Lebens. Und das sind einfach geile Typen, mit denen ich Musik zusammen mache. und es macht Spaß und wir vertragen uns, wir streiten uns eigentlich so gut wie nie. Ich kann mir eigentlich keine besseren Typen vorstellen, mit denen ich gerne zu Musik machen möchte. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust, wir glauben an die Liebe doch und jetzt ist endlich schon viel. Hi, ich bin Ars G.Punkt und ich spiele bei Made Murph, wo ich das Pipi Langstrumpflied spielen kann. Unter Wasser und auf dem Tropf und alles mit links. Das begab es im Jahre 1994, da sagte der Herr zu euch, äh zu uns, wie war das noch? Geht hin und übt bis euch die Finger bluten, spielt Odis nur die Guten. Den Namen für euch, den hab ich schon, nennt euch ab jetzt Made Murph Mahone. Und so ist es eigentlich entstanden, kein tieferer Sinn. Hansi, was ist denn dein persönliches Highlight? Dass beim ersten Morgen die Kiste Bier im Backstageraum stand, das fand ich ziemlich gut. Ich bin wahrscheinlich der einzige, der noch Lappenfieber hat, die anderen betrinken sich vorher so stark, dass das also... Also ich hab noch Lappenfieber, ja. Dann muss aber auch der einzige, der Lappenfieber nötig hat. Hallo, ich bin der Porky und ich spiele bei Made Murph, weil das die einzige Band ist, bei der ich drei Gitarren gleichzeitig spielen darf. Hallo, ich bin Heiko und ich spiele die Keyboards bei Made Murph Mahone, weil Manfred Bands Earth Band ist sehr wichtig. Wenn man mich nicht haben wollte. Musik ist krach. Für mich ist das Krach. Das Schöne bei Made Murph ist, dass wir so leise sind. Das finde ich richtig gut. So ein leiser Krach. Ja, leiser Krach. Im Grunde genommen sind wir eine Coverband und spielen alle Rock-Hits ab den 60er Jahren aufwärts. Und das hat der Herr auch noch gesagt. Alles außer Schlage. Hallo, ich bin Keki. Heiko, kannst du mir mal helfen? Oh, Keki, Mensch, du brauchst doch nur einen Satz merken. Ach ja, und wo ich träumte, da fallen die Späne. Ja, das ist ja bei uns. Wir sind ja auch total unterschiedliche Generationen hier. Ja. Du bist ja der Jüngste. Der Jüngste. Du siehst ja welches aus. Nee, das stimmt nicht. Hallo, ich bin Otto. Ich spiele gerne bei Made Murph, weil ich hier meine besten vier Seiten zeigen kann, was ich sonst irgendwo anders kann. Vorne, links, rechts, hinten. Gerade Heiko und Thomas, die machen eine gute Show, binden das Publikum mit ein. Das macht es natürlich leicht für uns, in der Band zu spielen, weil die Resonanz ist natürlich groß. Das Schöne bei Made Murph, wir haben zwei Gitarristen, die unterschiedliche Gitarrenstile spielen und das ergänzt sich tierisch. Wie ist das an Sie mit den Goobies? Ist das zu viel oder geht das noch? Naja, ich habe schon einen Koffer mit PHs und das letzte habe ich schon entsorgt. Bei uns gibt es keinen Chef, also es ist nicht einer, der sich hinstellt und sagt, ich bin der große Boss. Sondern bei uns hat jeder die Koffer. Ja. Eine ganz neue Typ. Das ist aber ganz neue Typ. Aber das ist tatsächlich so. Bei uns gibt es keinen, der irgendwo das große Sagen hat. Wir sagen alle das, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und deshalb schaffen wir das seit 25 Jahren zusammen Musik zu machen. Und wir wollen das mit Sicherheit auch nochmal mindestens 25 Jahre durchhalten.